Heute mache ich etwas Unmögliches möglich und du bist live dabei. Denn wie wir wissen, können YouTube Shorts maximal eine Minute lang gehen. Ich habe jetzt aber einen Weg gefunden, wie man das Ganze umgehen und noch längere Videos als Shorts hochladen kann. Und um es dir zu beweisen, ist dieses Short hier genau eine Minute und eine Sekunde lang. Am besten stoppst du die Zeit, während du hier dieses Video siehst. Also spul nur mal zum Anfang zurück, beginn die Zeit zu stoppen und wir sehen uns gleich. Und zwar genau jetzt. Und jetzt zu der Frage, wie ich YouTube austricksen konnte, dass dieses Short hier länger als eine Minute geht. Dafür muss man die YouTube App öffnen und bislang konnte man bei Shorts erstellen immer oben rechts auf 15 oder 60 Sekunden auswählen gehen. Aber Digga, wer guckt denn bitte Shorts, die kürzer als 15 Sekunden gehen? Ich jedenfalls möchte auch längere Shorts machen und euch noch besseren, längeren Content bieten. Und heute ist dieser Tag gekommen. Denn YouTube hat vor wenigen Tagen einigen YouTubern so wie mir eine geheime Nachricht geschickt. Und dadurch ist es möglich geworden, dass du einfach nochmal auf den Button klicken musst und dann kannst du Videos bis zu drei Minuten hochladen. Das ist es auch schon. Soll ich mal drei Minuten Shorts machen? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.